Wir sind zwei einsame Agents und wir müssen gegen die Black Tasks kämpfen. Sie wollten immer wissen, wo die Black Tasks sind, da draußen. Jetzt wird's Zeit. Los! Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, die sind so groß. Hier um das Feuerwerk anzusehen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das war die Trulla. Halt die Köden? Schaffst du das? Leite Stammsequenz ein. Gott. An alle. Das ist keine Übung. Wir müssen das Gebäude evakuieren. Wiederhole, das ist keine Übung. Guck jetzt mal, ob ich jemanden holen kann. Ja. Nein, kann ich nicht. Wir müssen das alleine schaffen, Herr Ochsen. Aua. Schmähl Verwundung entdeckt. Das ist ja schon gut an. Geschützt. Sofort Geschütztstellen. Umso stolzer können sie sein, wenn wir es geschafft haben. Jawohl. Aua. Ach ey, ein Schuss und ich bin sofort zu lassen. Wir müssen hinten auf die gelben Dinger schießen. Auf nicht die gelben Dinger. Das sind doch gelbe Teile. Aua. Ladies Funktionen kritisch. Wir müssen aber die Stellung wechseln zwischendurch. Ja, ich weiß. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich weiß nicht, nein. Nimm einen Vau. Nimm einen Vau. Da haben sie mir auch immer gesagt. Muni. Ja, aber das ist gut. Wir müssen die Dinger platt machen. Wo sind denn die anderen Nummer? Da ist einer. Kaputt. Okay, aber da ist noch ein dritter irgendwo. Ja, auf anderen Seite. Wenn sie diese Raketen nicht aufhalten, werden viele Menschen sterben. Halt mir den Rücken frei. Und das werde ich sein. Halt mir den Rücken frei, bitte. Ja, Wautzi ist tot. System unterbrochen. Jawohl. System wiederhergestellt. Kommen sie hier rauf, ja. Ja, ich bin doch weg. Da sind so komische Abschussdinger da. So Satellitenramp-Radardinger. Die müssen sie gleich über... Oh nein. Die sind auf das rote Ding bei den Pferden. Der hat mal eben mein Geschick zu sich. Soll das, ey. Der erste ist down. So, wir haben Raketenwerfer. Den müssen wir außer Gefecht setzen. Ich geh mal hin. Halten sie mir den Rücken frei. Alles was kommt. Hier. Der erste ist kaputt. Anfragen wird er nicht mehr erinnern. Das ist so... Ah, ich auch. Ich auch. Ich komm zu ihm. Man kommt auch zurück. Das kannst du doch von hier aus machen. Ich bin auch wohl. Nee, das kannst du nicht. Du musst auf die andere Seite. Da ist so eine gelbe Platine im Knick von dem Teil. Da musst du draufballen. Komm sie zu mir. Ich versuche es. Aber da hinten ist noch ein Raketenwerfer. Da müssen sie auch drauf schießen. Innerhalb des Zeitrahmens. So, ich bin da. Runter, runter. Runter, runter. Der ist weg. Ja. Willst du wohl die Kohlen aus dem Feuer holen, hä? Du Held. Daherum ist die Trulla. Genug geplaudert. Was, du? Vollkommen weg. Fluch geplaudert. Geht zu dem nächsten hin. Ja, pass aber auf. Ja, ich kann ja nicht. Okay, der ist platt. Nutstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Geht zu dem nächsten hin. Nehmen bleiben. Pass auf. Das Ziel ist hier. Ich hab ihn. Kommen Sie nach weg. Ich versuche es. Ich komm wieder zu Ihnen nach Hoffnung. Äh, nach Hoffnung. Aua. Aua. Kommen Sie zurück. Ja, ich versuche hier mit meinem Geschützteil. Ich schnapp uns erst die Typen. Aua. Letztes Medi-Kit. Du musst ein Raketenwerfer außer Gefecht setzen. Schon wieder? Da sind zwei Stich. Oh Mann, ich hab... Oh, na, 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 wie schaffe ich das denn jetzt? Hier ist da ein Typ. 50 Sekunden noch. Ja, wie soll ich das denn schaffen, Leute? Tango unter Beschuss. Ach, schaffst du nicht. Lass mich nachladen. Ich geb dir Deckung, Mann. Ich hab doch auch auf den draufgeschotzt. Ich bin schon kritisch. Nein, 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 nein. Ich seh niemanden. Wie soll ich den denn hier außer Gefecht setzen? Hä? Das kenn ich gar nicht. Hier oben. Ach. Jawohl, liegt die Zweiten. 19 Sekunden noch. Wo ist der denn? Hier vorne. Komm, einen noch. Komm hier nicht rüber. Fuck you. Sieht jemand was? Ich bin tot. Ein Agent braucht Unterstützung. Langsam merkst du. Keine Angst. Schnell und Schmerzfloss ist keine Option mehr für dich. Komm her. Ich bin tot. Oh, super, 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 super. Das sagt ihnen gar nichts. Ich hab nämlich keine Medikets mehr. Denkens dran, wenn sie hochkommen, werden sie sofort beschossen. Schmeißen, Rolli. Ich kann ja mal mit uns machen. Er ist getroffen. Rolli schmeißen kann ich. Verstanden. Ich kann auch ein Ding setzen. So. Jetzt ist er reif. Jetzt hab ich die Schnauze drauf. Einmal den Köter. Wo ist denn der Köter? Ah, vorne. Da. Und die Handgranate in die Schmeife. Schmeißstück sogar. Ein Köter ist Platz. Und hier ist der Zweite. Kann sie nicht anvisieren. Wo ist der Zweite? Ja, schiebt die doch drauf. Da. Ja, ich hab keine Schüsse mehr. Nur noch die. Ja, nur noch. Ich hab keine Munition. Ja, dann lauf doch rüber und hol die die Munition. Stimmt. Ich hol mal eben mal den Supersniper raus. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, komm mal her, Mädel. Der ist nur noch die. Ja. Die Rüstung ist gleich weg. Ich glaub das nicht, ey. Ach, scheiße. Ich hab drei Schuss von meiner Superjusch. Guck mal, dass ich die irgendwo seh. Versteckt sich die Schweinebacke. Milder. Einen noch. Ich versuch mal hier noch ein bisschen zu kriegen. An Rüstung. Oh ja. Na, komm hoch. Das ist wieder volle... Milder, du nicht. Du tust uns nix. Komm hoch. Komm hoch mit dem Kopf. Jawoll! Ja, Mann. Komm, wir waren. Scheiße! Boah. Ich hab was cooles gedroppt. Ja. Ja, Mann! War das geil. Die Virustatica-Zylinder sind gesichert. Wir sorgen dafür, dass sie ausgeflogen werden. Jetzt geh ich erst mal einsammeln. Alter! Ich hab gedacht, gerade ist vorbei, ey. Was für ein Kampf, ey. Das hab ich auch gerade gedacht. Alles war mal von vorne. Boah, Leute. Das war jetzt heftig. Das war nicht leicht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es wahrhaftig geschafft. Ach so, du musst dir einen Alliierten signalisieren. Irgendwo. Was? Alliierten signalisieren, dass es in den Berg und den Gnick beginnt. Okay. Bitte? Dann mach ich das mal eben. Kannst du dir noch ein Medikit holen? Weltrang 5! Boah! Glückwunsch! Jawohl! Ein freundlicher Helikopter nähert sich. Sollen wir ihn abschießen? Negativ! Nicht schießen! Wir dürfen nicht riskieren, dass die Zylinder zerstört werden! Also das nenn ich Glück. Agent, Sie haben die Virustatica geborgen und einen wichtigen Black-Task-Stützpunkt ausgeschaltet. Und die Operationsbasis haben sie auch noch gerettet. Unglaublich, Agent. Wirklich, unglaublich. Aber es gibt noch mehr zu tun. Wahnsinn! 28 Sekunden. Sieht geil aus hier, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Kraft! Ja, jetzt werden wir gleich weggeblieben in 15 Sekunden. Aber wir können hier hinten runter. Hier ist der Ausgang. Sag mal los. Jetzt zeige ich Ihnen das mal hier hin. Hier normalerweise hier runter dann. Aber wir werden jetzt weggeblieben. Wollen wir gar nicht machen. Zack. Boah! Leute, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Als sie mich weggemacht hat da, glaube ich, das ist endgültig vorbei. Jetzt stehe ich Ihnen in. Aber wir haben es geschafft. Jetzt haben wir Rates freigeschaltet. Moment, einmal auf die Karte gucken. Ich sehe gar nichts weiter. Wir schauen einmal auf die Karte. Ja. Zielgerichtete Beute. Da ist die ganze Beute. Tutorial beenden. F. Jetzt können Sie oben noch ein paar Haupteinsätze sehen. Ja, ja, jetzt sehe ich das. Den Zoo. Den Zoo. White Oak. Ja, da kommt auch noch was dabei, denke ich mal. Ja, Leute. Ist das denn zu fassen? Wir haben das wirklich gepackt. Ich hätte es nicht gedacht, glaube ich. Ich hätte es nicht gedacht. Ich gehe jetzt zurück zum Weißen Haus. Ich bin... Kommen Sie mit? Ja, ich komme mit. Leute, Leute. Wir müssen jetzt so jetzt zum Weißen Haus. Ich habe auch gedacht, jetzt ist Feierabend. Habe ich jetzt echt gesagt. Ja, ja, ja. Jetzt ist endgültig Feierabend. Das war es. Wir müssen den ganzen Scheiß normal machen. Und dann kam... Super Miri. Scheiße. Boah, ich habe auch geflucht. Dann bin ich nicht genau bei Ihnen gelandet. Ich habe gesagt, jetzt ein Schuss noch und ich bin tot. Ich bin sowas von tot und dann ist Feierabend. So, ich komme mal runter. Wo sind Sie? Dort wird die Division angegriffen und Sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Sind Sie denn? Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Dann willst du Ihnen ins Weiße Haus. Ey. Ich kriege hier ganz viele Infos. Ja, ich auch. Jetzt müssen wir mit dem Division-Koordinator uns treffen. Kommen Sie, wir gehen noch mal hin. Ja, das machen wir mal eben. Sind noch ganz durch, ne? Wo ist der denn hier oben? Ja, jetzt ist ja kein Präsident mehr da, ne? Wo ist denn hin? Ach, hier. Ja, hier. Ach, da. Hier ist er. Ach, okay. Mach mal. Ja. Agent. Wie ich höre, sind die Black Tasks noch in der Stadt. Offenbar war Ihre Niederlage beim Tidal Basin nicht so endgültig, wie erhofft. Das gesamte Team hält Ausschau nach ungewöhnlichen Aktivitäten. Ich markiere alles für Sie, sobald wir etwas finden. In der Zwischenzeit schicke ich Ihnen, was wir aktuell haben. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt, Leute? Um Kräfte der Black Tasks noch los, wenn allen rechnen Sie mit schweren Widerstand. Satz abgeschlossen. Einsatz abgeschlossen. Das war's, ey. Guck mal auf der Karte. Ja, ich auch. Ich öffne mal die Karte. Scheiß, die Wand an. Haben Sie es gesehen? Sehen Sie, was oberhalb ist? Ja, ist alles offen. Coney Island, Manning National Zoo, Kenley College nicht? City Hall. Ach so, das ist New York, okay. Ah, an der Seite ist doch Kenley College noch nicht. Wo ist das denn jetzt? Doch, da ist es doch. Kenley College. Pentagon. Pentagon unten. Coney Island, White Oak und New York. Und unten links? Unten links? Ja, genau. Pentagon. Ja. Und überall haben wir wieder, naja, nicht alle Haupteinsätze, aber viele haben wir wieder in Invasionsmodus. Ja, genau. Leute. Ich hab, also jetzt, ehrlich, ich hab nicht gedacht, jetzt ist Feierabend, aber wir müssen noch einmal kurz rein, da sind neue Projekte und so. Und neue Standorte bei der Pilotin verfügbar. Müssen wir jetzt zu der hin, nochmal zu der Pilotin? Nee, ne? Zu der Pilotin, da fliegen wir dann nach. Okay, dann gehen wir jetzt nur die Projekte einmal und dann ist gut. Leute, Leute, Leute. Hat der denn noch was Neues zu verkaufen? Was kann ich für Sie tun? Das war heftig. Ja. Da haben wir beide was von. Aber ich glaube, das haben Sie schon gesagt, wo wir Kapitol gemacht haben. Ist schon Wahnsinn gewesen jetzt gerade. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Die haben es aber geschafft. Wir haben es wirklich gepackt. Das war... Also hab ich nicht mit gerechnet. Hardwired Prototyp. Ich hab damit nicht gerechnet. Ja. Was ist denn Hardwired Prototyp? Ach hier, Hardwired Prototyp. Mir wird noch eine empfohlene Aktivität. Selfie-Liga, was ist das denn? Wo sind Sie? Kann ich aber ablehnen. Gucken Sie mal bei den Aktivitäten hier. Bei den Anfertigungsprojekts Cyclone. Schau nochmal nach. Das ist grün, ne? Hardwired Prototyp. Ja genau. Da müssen Sie Komponenten sammeln. Die kriegen Sie im Ground Washington Hotel, im Jefferson Trade Center, im Regierungsbunker, im Lincoln Memorial, Air Space Museum und Bank Hauptquartier. Hä? Die Mission müssen Sie ja immer machen, dann kriegen Sie mal einen Teil von diesem Hardwired Projekt. Wie Sie sehen, M-Komponente, B-Komponente, R-Komponente, H-Komponente, W-Komponente ist immer eins... Vor allem Po-Ente. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Komponenten und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Standorte oder Einsätze. Aber das interessiert unsere Zuschauer nicht mehr, weil wir es gepackt haben. Leute, komm, ich geh nochmal raus an die Sonne. Ja. Das war's, Mann. Hier schön. Ja. Meinst du, wir Zuschauer nicht den Zoo zeigen oder New York? Ja, aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt, um Gottes Willen. Leute. Machen wir natürlich noch. Wie heißt das? Title? Basen? Nee, hat er gesagt? Ach, egal. Basens. Basens. Oder so. Naja. Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, vielen Dank. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert die Miri. Abonniert den Don. Dann geht's hier weiter. Also, wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Tschö. Tschö. Leck.